Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lara Croft and the Guardian of Light. Ich bin SJ und spiele zusammen mit dem Maeve. Hallo Maeve. Hallo. So, wir sind jetzt hier in der Herausforderungskammer. Und wir müssen jetzt eine Herausforderung machen, um die Kammer zu eröffnen, keine Ahnung. So, um seltene Schätze abzugreifen. Jetzt auf der mal rüber. Oh, guck mal, die krassen Speer da unten. Yeah, warte mal. So, dann komm du mal rüber. Ne, werfen wir da einen Speer hin. Wo? Ah. Ah. Jetzt geh ich hier hin. So, dann mach ich noch einen Speer. Ja, jetzt komm. Ah, nee, 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 warte. Guck mal, jetzt komm. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da rankomme ohne den Speer. Ich glaube, du musst mir mal kurz den Speer hier hinwerfen. Ähm. Dafür musst du, glaube ich, das erstmal wieder aufmachen. Das ist gar nicht so einfach. Ups. Dann holst du mal kurz hier her. Ah, ja, ich komm hierher. So. Hauptsache nicht zu viel. Oh, Alter, ich bin fast auch runtergesprungen. So, wieder ein gesundes Upgrade. Ähm. Das ist auch immer sehr laut ankündigt. So. Ach ja, du musst ja hoch, weißt du noch mein Gewicht. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt einen Munitions-Upgrade oder sowas. Munitions-Upgrade, genau. Dann komm mal runter. Also das sind ja doch richtig wertvolle Belohnungen hier. Ja. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Oh, schütt. Uuuuuh. Ah, Gott. Oh, du wirst so kacke. Ja, was ist denn das hier? Warum leuchten das hier eigentlich so auffällig? Spring mal da rauf. Ja, weil... Nein, das leuchtet so, weil da so ein Ring ist, wenn ich den anschießen kann. Ach ja. Tatsache. Ah, Moment. Ja. Danke. Depp, 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 depp. So, weiter jetzt. Ja, wir sollten auf jeden Fall diese... Das ging ja schnell, das kleine Gräbchen. Ja, wir sollten auf jeden Fall dieser Gräber auf jeden Fall immer machen. Ich glaube hier auch. Was für ein Herz in Geländer war. Aber richtig. So, Munitions-Upgrade. Ich bin wirklich zugeschissen mit den Sachen. Bundesverbrauch von uns, verstören sie alle Ohren. Das heißt, wir sind schon am Ende des Levels oder was? Äh, ja. Möglich, kam es. Oh, das wär so ein... Miene, 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 Miene. Oh, hinter uns. Bam, Junge. Raus aus dem... Ui. Schöne. Boah, Alter. Oh, shit. Oh, weg. Weg da, weg da, weg da. Oh. Eieieiei. Äh, ich glaube wir müssen... Okay. Ich glaube wir müssen noch weg... Was ist denn das hier? Das ist so... Für eine Munition irgendwie. Aber wir... Wir haben doch eigentlich Munition. Ja, vielleicht kriegen wir noch irgendwann... Ah, hier ist wieder so ein... Ja. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch so eine... Extra-Machen oder so, ne? Äh... Extra-Special-Up oder sowas, ne? Äh... Irgendwelche Feuer... Feuer... Feu... Feu... Feuerspiele oder so. Waffe erhalten! Magnums! Mag... Mag... Magnums! Magnums! Oh Gott! Oh Gott! Eimer! Magnums! Du hast richtig leckere sind. Oh, scheiße. Geh mal... Geh mal... Geh mal... Schieß mal da... Werf da hin! Werf mal da hin! Alter! Werf wel da hin, genau! Oh Mann! Jetzt muss ich hier durch, glaube ich? Magnums! Aber geil! So. Dann laufe ich hier lang? Ja. Äh... Ja? Ah, da ist die Kugel, habe ich gar nicht gesehen. Ne, ne, schieß mir erst das Ding da ab. Dann nehme ich die Kugel hier mit. Dann nehmst du die Kugel hier. Nein, bei mir ist die Kugel sicherer. Ja. Äh. Ja. Ach so, die können wir hier stehen lassen jetzt? Ne. Doch, können wir. Doch, kommen wir. Und dann können wir da rüberjumpen, oder? Ja, wie? Warte mal, Achtung! Wie können wir denn da rüberjumpen? Oh, bin ich hier? Ach, guck mal. Ah, okay. Hol's dir. Schnapst dir, Tiger. Schnapst dir, Tiger. So, bam und weg mit euch. Juhu. So, Munitionsupgrade. Hast du schon deine Magnums eigentlich ausgerichtet? Deine Gerichtige Magnums? Oh, ich habe mal der Select gedrückt. Ich hoffe, bei dir auch. Ja. Da kam es auch. Ja, guck mal, wie viele. Äh. Sag mal, ich habe noch gar nicht die 160.000 Punkte gesammelt, deswegen ist bei mir noch kein blauer Haken. Ja, stimmt. Und das sind diese Missionen und Bundesherausforderungen. Äh, aber, ach guck mal, da kriegen wir Steinpfeil für, wenn wir da 10 rote Schädel sammeln und so weiter. Steinpfeil? Du siehst du auch da Steinpfeil. Aber guck mal jetzt hier rechts bei Inventar, da können wir jetzt wahrscheinlich die Magnums auslösen. Die Magnums. Ah, ja. Ich habe nichts. Ich bin meine Steinpfeile. Wie kriege ich meine Steinpfeile mit 160.000? Ähm, ne. Wenn wir 10 rote Schädel gesammelt haben. Wir haben 8. Ah, ja, sehe ich gerade. Ja, sammeln sie 10 rote Schädel. Alles klar. Kopfschmuck von E- Ah, guck mal, deaktivieren sich Zolotas Feuerfalle in weniger als 30 Sekunden. Dann kriegt man die Toneule bekommen. Verdammt. Die Toneule? Ah, scheiße, hast recht. Ah, vielleicht tun wir das noch nach. Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Zolotas Feuerfalle in weniger 30 Sekunden. Ja, gut. Alles klar, dann zeig mal deine richtig geilen Magnums. Ähm, ja, wöchsele ich die Waffe jetzt. Einfach, ja, mit Steuerkreuz. Ah, ja, mit Steuerkreuz. Hast du die nicht ausgerüstet? Oder kannst du die nicht? Ich hab die gar nicht. Ich hab doch keine, ich hab doch... Ein seltenes Stück. Diese Reliquien wurden angeblich von den Göttern geschmiedet, um verdienten Kriegern mehr Macht zu verleihen. Ausgerüstete Reliquien. Alter, Marcel, drück nicht mal weg. Die Effekte einer Reliquien werden nur aktiviert, wenn die Reliquienenergieanzeige voll ist. Ah, ja. Sammeln sie Edelsteine und neutralisieren sie die Gegner. Ohne selbst Schaden zu erleiden, um die Energieanzeige zu füllen. Yay. So, wo da unten ist Reliquie? Reliquier. Machtschuss. So. Interessant. Ja. Du kannst dich nicht auswählen, oder? Doch, na klar, ich hab dich ausgewählt. Okay. Will ich fortsetzen? Äh, ja. Achso. Achso, weil wir nicht voll aufgeladen sind. Weil wir nicht voll aufgeladen sind, ja. Ui. Äh, Marci, willst du meinen Körper machen? Nein. Mach einen Kopfsprung. Bam. Und bam. Nein, nein. Und weiter. Bam. Oh. Ohne. Ich dachte, hier wäre, würde Schaden bekommen, aber alles gut. Alles gut. Oh, das Auto nur 160.000. Yeah, ja. Say what? So, dann will ich mal ganz kurz hier ausrüsten. Äh, Select war das, ne? Ja. So, Inventar. Äh, Magnums. Äh, krass. Tatsache, ich hab die doch. Ja, siehste. Hier, Moment. Doch, Magnums. Und was willst du denn ausrüsten? Für 160.000 kriegst du nix, oder? Ja. Ach, doch, die Magnums kriegt man nun. Nee. Doch, steht da oben rechts. Ja, aber, warte mal. Ich könnte die Magnums auch auswählen, oder wie? Aufheben. Aufheben? Ne, aufheben wird auch nicht. Auswählen. Ah, jetzt. Ich hab die Magnums auch. Okay, warum nicht? Warum nicht? Aber um ein bisschen hier, äh. Wir müssen noch hier weiter, oder? Zieh nochmal das Ding durch. Zieh dir mal das Ding durch. Smoke. Vielleicht muss ich da rüber und dann dich herziehen, oder so? Ah, guck mal, da hinten sind so komische, ähm, äh. Mach mal da eine Mine hin, wo du raschierst. Genau. Aua. Nee. Aber das sind doch so komische Zahnräder, oder nicht? Hä, oder müssen wir doch nicht hier weiter? War das denn eine Sackgasse? Vielleicht... Hm, nee. Warte mal, warte mal, leg du mal eine hin. Vielleicht müssen die Zeit gleich hoch. Hä? Ja, genau, du legst jetzt eine hin, kommst wieder zurück. Kommst jetzt wieder zurück. Ja. Genau. Ich hoffe, die bleiben jetzt da, sobald. So, und jetzt? Ziehst du? Ach, Quatsch, die müssen doch nichts hin. Warum denn nicht? Mal gucken. Na gut. Ich hoffe, deine Mine ist noch da. Nee, ist sie nicht. Nee, ist nicht. Alter, ich möchte mal anmerken, dass ich noch nicht draufgegangen bin. Ich möchte, dass es auch so bleibt. Aber wir kommen gar nicht. Ja, weil ich halt der bessere Mitspieler bin und du halt auch schlecht dran mitspielen. Ja, wir kommen hier gar nicht. Mann, das kann doch nicht sein. Wir sind ein Blöder, oder so? Warte mal. Warte mal, wir kommen auch nicht mehr zurück, ne? Nee. Dann, genau, zieh mal. Komm, wir gehen jetzt mal weiter rüber. Ja, siehst du, wir müssen mit Zeit gleich die Dinger machen. Nee. Oh, noch nicht. Äh, rauf, rauf da, rauf da. Alter. Oh, äh, schwer. Ja. Zieh mich hoch, zieh mich hoch, zieh mich hoch. Nein, zieh mich hoch. Nein, zieh mich hoch. Nein, Mashi. Oh Gott. Oh Gott. Okay, schwer. Wieso, los, 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 los. Alter. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, alter. Lauf her. Okay, nochmal, nochmal. Nein. Oh nein. Gehst du denn? Scheiße. Geh weg da. Ich komm hier nicht hoch. Was machst du denn? Ich komm, ich komm hier nicht hoch, Mann. So, jetzt. Nein. Oh Gott. Nein. Nein. Komm hier. Ich bin nicht dicht. Dich bin ich. Jetzt geh hier hoch. Lera, mach keine Scheiße. Oh mein Gott. Oh shit. Weg hier. Alter. Ach, Finale. Oh Gott. Ende meint ich. Alter. Alter, sagst du wie du? Wie lag er wie gebraucht? 24, 30. Geil. Okay, das war jetzt der erste Part oder was? Also das erste Kapitel? Das war das erste Kapitel. Alter. Oh shit. Ja. Richtig. Richtig prämend. Oh, ich sehe. Es gibt noch M4s oder so. Ist das ein M4 oder ein M16? Ich glaube, es ist ein M4, ne? Ja. Ja, 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 ja. Das ist, ja. Ich werde jetzt endlich mal mein goldenes Zepter von... Achso, warte mal. Ich kriege das gar nicht. Das ist... Ausgelöscht von diesen Kreaturen. Wir sollten deine Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen. Oh ja. Die Kriegsführung hat sich in den letzten 2000 Jahren ganz schön verändert. Du hast da eine Menge nachzuholen. Zum Dirk lernst du ja sehr schnell. Ja, warum... Richtige Prämendwitze? Sie haben eine neue Sekretärwache freigeschaltet. Ähm, drücken Sie... Alter, maß, ich gibt... Ja, 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 ich hab'n die, ist's auf'n Sack. Die Munitionsanzeige zeigt ihre verfügbare Munition oder Sekretärwaffen lehren die Munitionsanzeige mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Haben Sie keine Munition mehr, greifen Sie wieder auf Ihre Standardwaffe zurück. Benutzen Sie hoch und... Äh, hoch, links, runter, rechts, um zwischen Ihren ausgewählten... Alter, ich geb' dir gleich so... So, M4. Yay! So! Bumengewehr heißt sie übrigens. Ja, ich glaub' das ist aber ne... Ach, guck mal. Ich glaub' das ist ne Rushmaster oder was. Da sieht man den Munitionsverbrauch. Ich weiß nicht, ob du noch im Menü bist? Ja, ich bin auch im Munitionsmenü. Ne, aber wo siehst du die denn? Na guck mal, wenn die Waffe auswählen willst, ne? Dann steht da rote Punkte Munitionsverbrauch. Ja. So, Einsatzzielung. Die Mengen muss verbrauchen mehr Munition als die, äh, als das Sturmgewehr. Oh, guck mal, hier gibt's ne Levelkarte hier. Ja, sicher. Hier gibt's ne Levelkarte. Krass. Ja. Achso, aber, äh, eine Frage, Massi. Ähm, da wir jetzt zum letzten Level nicht die 10 Totenköpfe, die roten, gemacht haben, krieg ich jetzt die Waffe gar nicht mehr, oder was? Doch, wir müssen das letzte Level wiederholen dann halt, ne? Und dann Speedrun durchmachen oder so. Wie, wie, wie ist das denn? Okay, dann sollten wir jetzt... Ich hab' gerade eine Nachricht bekommen. Egal. Tö-düm! Äh, sammeln Sie 10 rote Schäde, goldenes Zepter von... Ich wär' aber, äh, hier, ne? 100% und so. Ja, dann... Ohne Speedrun. Ohne Speedrun 100%. Das geht ja nicht. Ohne Speedrun 100%. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Betreten Sie die Spinnengruft. Erkunden Sie das Tempelgelände und finden Sie den Eingang der Spinnengruft. Levelkarte verfügbar. Drücken Sie, äh, select, um das Inventar einzublenden und werfen Sie mit RB einen Blick auf die Karte. Haben wir grad gemacht, ja, super. Wo ist die Spinnengruft? Spinnengruft da. Einfach über die Brücke. Großartig. Ja. Juhu! Aber ich denke, äh, die wird uns noch einige gute Dienste leisten. Auf einer meiner alten Karten ist dieses Geburt der Zeit. Oh, ich bitte, hier ist bestimmt richtig viel versteckt immer. So, guck mal, wenn man hier schon wieder abseits der Wicke geht, hier unten, gibt es bestimmt schon wieder irgendwas zu finden. Aber weißt du, was voll eklig ist, was ich gerade sehe? Dass ich kein, äh, kein, oh, kein Unterwickel habe. Ja, das ist, wenn die wieder labern. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Achso, der Munitionsverbrauch ist natürlich bei der Magnum höher, weil weniger Schüsse macht pro Sekunde. Ah, hier. Ah. Yay! Einer von zehn. Großartig. Man, das ist voll scheiße, dass ich jetzt nicht die, dass ich jetzt nicht die, äh, Steinpfeile habe. Ja, ich finde, wir können ja, wir können ja, also... Wir können ja, wir können ja, wir können ja, wir können ja was. Oh, shit. Eieiei. Oh, gar nicht gut. Digga, am besten Pfeilen. Oh, ich bin getroffen. Wir haben auch nicht viel Leben. Nee. Oh, Trudy? Alter. Ja. Ah, oh, ein Krokodil ja sicher. Naja, sowas in Art halt. So, ich, ich, ich wechsle mal zurück auf die Schwere. Ah ne, obwohl ich aber noch eigentlich relativ gut, äh... So. Ammonition. Ammonition, Junge. Boom. Man kann aber nur eine Mine legen, hab ich das? Ist das richtig? Dann reicht doch, oder? Ja, hier ist noch eine. Achtung, ey. Achtung, geht da! Ah, guck mal, ich hab jetzt meinen Booster da jetzt aufgeladen. Ja. Wie war das jetzt nochmal? Du, mit dem Messer, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich es auslöse. Äh, machen kannst... Ja, ich will es jetzt nicht hier probieren, wo nichts da ist. Äh, ich wäre von schwer rüber. Ja. Oh. Du musst das doch rüber... Ne, warte mal. Ne, du musst rüber. Nein! Da ist er! Nein! Scheiße! Ach, fuck! Jetzt musst du einen Euro nachstecken. Ja, so. Dann komm mal her. Hä? Musst du da hochkommen? Ah, so. Zack! So hoch. Ich hab mal, ich hab mal springen gedrückt vorhin, als wir diese... Oh nein! Was denn? Achso, springen geht doch eigentlich. Oh, warte mal! Löffel, darf man hier stapeln? Ja. Wer hin? Eine Stapensperre! Ja, wenn ich auf springen gerückt habe, ist halt immer diese, äh, das Ding weggegangen halt, ne? Ja. Ja. Und deswegen war es ein wenig knapp, am Ende. Okay. War richtig geil zinnig. Und dann braucht man auch die übrigen Goldscheiben, um in diese Gruft zu kommen. Okay. Finden Sie die erste fehlende Sonnenscheibe. Die haben wir doch schon. Hier ist doch schon einer drin. Ja. So, da ist wieder Ammonition. Wir haben wieder richtig... Achso, guck mal! Hier ist Heilung. Wir müssen... Ja. Wir müssen uns halt immer, ähm... Also... Wenn einer das aufhebt, hat nicht automatisch vielleicht der Nächste das. Also der andere das auch. Das ist ein bisschen... Was? Ich meine, wenn ich jetzt, äh, Ammo aufhebe, kriegst du nicht... Ja. Das ist... Das ist klar, ja. Bei den Dingern nicht. Hebt ihr mal Ammo da auf. Dann hebt ihr mal Heilung da auf. Ja. Dann schaffst du mir... ... so einen klugen Kommentar hier zu drücken. So. So, was? Oh! 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 Oh, ist das jetzt hier passiert? Achtung Feinde! 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 Ich kann mal gucken... Aua! Also ich pass... Hä? Ich hab jetzt... ... fantastischen Glück, aber es... ... passiert. Oh ich verkackt oder so? Was denn? Ich hab... ... den linken... ... den linken Stick einfach gedrückt und... ... so. Was ist hier? Ja, keine Ahnung. Ey, was war denn mit dem linken Stick? Was war denn mit dem linken Stick? Was war denn mit dem linken Stick? War ja diese... ... diese Special... ... Dings oder was? Ja, warte mal. Wie... Wie ging es denn jetzt nochmal, wenn du aufgeladen bist? Ähm... Was musst du... Weil jetzt bin ich aufgeladen. Jetzt drücke ich mal den linken Stick? Ne, passiert nichts. Rechter Stick? Auch nicht. Druck mal die... ... die LBRBs und was? Ne... ... z... ... z... So... Oh... Ne, ich glaube wir müssen mal ganz kurz auf Steuerung gucken. Warte, warte mal, ich geh nochmal ganz kurz... ... äh... ... äh... Steuerung? Okay. Moment. So, dann die Funktionen, Steuerung. Steuerung. Konfiguration. Ne, oder? Oder doch? Äh... Tasten Konfiguration. Da gucken wir mal schon rein. Hallo, hallo, hallo. So, blablabla. Geh... Gehen geht auch. Äh... FC. FC. Acht auf Geschissen. Achso, man kann es ja mit der... ... mit der Tastatur ausspielen, ja. Äh... Sprechen, unterhalten, Waffe... ... vereins, gehen... Also, ich find das für nicht. ... wenn wir... ... interagieren, hacken, steht, springen, ne. Ah, halt mir mal aufgepasst. Damit. So, äh... ... Marci? Ja? Ich seh aber gerade, dass wir schon... ... wieder Überlänge haben. Oh Gott. Es geht so schnell! Es geht so schnell. Ja, dann äh... ... wenn wir jetzt mal schnell gucken, wie man diese... ... komische Special... äh... ... Sache da macht und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es heißt... ... da kauft denn eine geilen Off-Light. Haut da rein! Tschüss!